So, ich würde sagen, eine Folge mache ich noch. Dann lassen wir wieder eine Pause mit der Aufnahme. So, Tukariv. Ich komme, vor allem Perle, ich komme. Das ist das Wichtige. Wenn ich mich recht erinnere, sind die Perlen in der Raffinerie gar nicht mal so hoch angesehen. Ich kann natürlich viel reinterpretieren, sowas wie, ja, Mensch, da, ähm, die sind auch eher für die groben und weltlichen Güter zuständig, die Raffinerie, Bruderschaft. Die nehmen eher Erz und Metall und sowieso irgendwas, wo wir uns das anfangen können, nicht diesen komischen, schnöden Luxus wie, ähm, was weiß ich, Perlen oder Stoffe oder was weiß ich was. Ach, wisst ihr was? Ich werfe jetzt mal kurz einen kurzen Blick hier rein. Um euch mal zu zeigen, wie so eine Spalte eigentlich aussieht. Gut, das klingt falsch, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Wir haben auf jeden Fall schon eine Mine drin, das ist schon mal ganz toll. Um die Sache vielleicht noch ein bisschen gefährlicher zu machen. Und hier ist eine Höhle und, ach, guck mal, Metall. Zwei Metalldinger im Spalt. Ist ja ganz wundervoll. Im Spalt, äh, was ist denn das? Westlich von Beluga, okay. Und eine weitere Höhle, wisst ihr was? Ich fahre jetzt in die nächste Höhle rein. Die noch enger ist als die Höhle vorher, das ist ja super. Komme ich hier durch? Neue Musik startet auf jeden Fall schon mal, okay. Das heißt, die Höhle ist wirklich gar nicht mal so klein. Alter, schwer. Das fühlt sich gerade so ein bisschen an, als ob ein kleiner Sog wäre. Ist aber wahrscheinlich nichts. Einfach nur meine Fantasie. Kommen wir nicht mal rechts rum, nicht links rum. Ach ja, und jetzt sieht man auch wirklich, nicht in Höhlen an sich ist die Orientierung schwierig, sondern in Spalten unter Höhlen, weil die nicht als einzelne Höhle angezeigt werden. Wie ihr gerade seht, oben auf der Karte bewege ich mich scheinbar genauso gut, könnte ich genauso gut 100 Meter weiter oben sein, oder 100 Einheiten weiter oben sein. Also, dass ich nicht sehen kann, ähm, wo genau jetzt ich hier eigentlich bin. Beziehungsweise, wenn ich jetzt in irgendwelche Gänge komme, ob ich wieder rauskomme oder sowas. Die Höhle ist ganz schön groß, aber einiges mit machen, könnte man direkt eine Stadt drin verstecken. Ich mache mal so ein bisschen die Wände ab. Hier ist nichts, okay. Kann das sein, dass hier irgendwann später im Spiel nochmal irgendwann was ist, oder... Das habe ich mich sowieso gefragt. Oioioioioi. Vier Erz. Da werden wir noch viel Spaß haben. Ich werde ganz kurz mal einen kleinen Schnitt machen müssen, weil hier gerade meine Mitbewohnerin kommt, die keinen Schlüssel hat. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Guck mal. Verstaste, gut. Ich wollte gerade sagen, ich brauche gar nicht die Unterbodenansicht, obwohl ich sagen muss, die, äh, Kartenansicht ist momentan genauso hilfreich wie die Unterbodenansicht. Nämlich gar nicht. So, jetzt bin ich ganz kurz wieder raus. Ich hoffe, ich finde auch den Höhleneingang wieder, den Höhleausgang in dem Fall. Das dürfte nur so ein kleines Löchlein gewesen sein. Hilfe. Ich bin hier wieder raus. Die Reden müssen nur am Rand lang fahren. Müsste irgendwo sein. Ist das hier? Nein, hier ist es nicht. Nein. Nein. Und ich sage noch, ach ja, man kann sich irgendwie so schalte Verirren. Ja, hier bin ich wieder im Erz. Ist ja ganz toll. Warte mal, warte mal, warte mal. War das hier? Ja, da war es. Ui, 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 Ui. Das Schöne ist, ich habe jetzt gerade nur die Sokomatik dabei, die mir zwar beim Erz ein bisschen helfen könnte. Aber ich würde es auch lieber mit dem Greifer machen. Aua, aua, aua. Weil da kriege ich letztendlich, glaube ich, ein bisschen mehr raus. Und jetzt LZD wieder. Ach, das macht ja keinen Spaß heute. Und hoch mit uns. Dann bekam wir wieder ausschalten. Ich hoffe, es ist noch Tag. Ja, es ist noch Tag. So, und irgendwo südlich von Tuka. Soll sich eine Perle rumtreiben. Und die hätte ich gerne. Was, südlich von Tuka? Das habe ich mir für Mist geschrieben. Südlich von Tuka, tatsächlich. Ha. Naja. Ach, das ist Beluga. Beluga ist ja auch eine Perle. Ja. Kronkorken nördlich von Beluga. Und eine Perle nördlich von Beluga. Nämlich halt Beluga. Perle ist auch okay. Ich werde nicht mal eine Perle finden hier. Oder eine Perle weggreifen. Ich möchte nicht einen docken. Nein, noch nicht. Die erste Perle docke ich ein. Aber hier ist es definitiv nicht. Denn hier war ich noch nicht. Sagt mir zumindest die Karte. Hier ist Erzweer. Ich gehe am Stock. Das ist nicht normal. Hier ist ein Kronkorken. Und hier ist die Perle. So, F3. Hier müssen wir echt ganz vorsichtig sein. Weil die Perle ist schon... Ach, die Perle. Die Muschel schlappt relativ gerne mal zu. Das heißt, ich lauge schon aus relativ großer Höhe. Moment. Fünf. Ja, genau. Ich will nicht kämpfen. Nein, lass mich in Ruhe. Oh. Willst du kämpfen? Das war auch nur so ein Auftakt für. Ich will übrigens kämpfen. Vergiss dich, du Kapppirate. Das ist meine Perle. Du wirst mich ganz rund. Und es ist übrigens auch mein Erz und mein Kronkorken. Und jetzt ist es kaputt. Und ich habe gar keinen Schaden damit. Das ist ja geil. So. Wo ist jetzt die verdammte Perle hin? Sie ist nicht unter mir. Ach, da ist sie. Da ist sie. Ganz vorsichtig und ganz leise. So. Ich drücke die R5. Und fange schon mal an zu saugen. Wir hoffen, dass die Perle schon ein bisschen erfasst wird. Bewegt sich. Sie bewegt sich kein Stück. Das ist schlecht. Dann noch ein bisschen weiter runter. Ganz vorsichtig. Zwei Tipps und zwei da runter. Und nochmal. Gesaugt. Darf ich nochmal. Jetzt saugen. Komm, 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 komm. Okay, nochmal ein Tipps und weiter runter. Saugen. Die Perle bewegt sich. Ja, jetzt hat sie bewegt. Ja, sie hat sie bewegt. Habt ihr gesehen, wie sie sich bewegt hat? Und sie bewegt sich doch. Sauge. Und die Muschel ist zu. Aber die Perle ist draußen. Und ich habe die Perle gefangen. Jawoll. Beluga. Uhu. Ramme ich hier fast noch was? Ich muss mir die verdammte Folge nochmal angucken gleich, um rauszufinden, was ich alles verpasst habe. Also irgendwelche Münzen im Graben und irgendwelche Erzdinger im Graben und was weiß ich nicht alles noch hier in der Umgebung. Hier war, glaube ich, noch eine Münze und Erz war ja auch noch. Ach, du großer Gott. So, einmal anlegen, bitte. Diesmal ist übrigens das günstiger an Perlen. Bei Perlen müssen wir nicht nur noch vorher zum Warenhangar fahren, weil die Perlen sozusagen klein genug sind. So. Bingo. Was zahlst du eigentlich für Perlen? Güter? Ach, stimmt, ich habe noch Metall dabei oder sowas. 3866. Das ist mal gerade gar nicht mal so wenig. Gucken wir uns mal die anderen Dinge an. Tuka zahlt dafür für Perlen 2385. Das ist zu wenig. Und Velcova zahlt 2410. Das sind natürlich nur grobe Preise, aber wir haben gesehen, die verändern sich mit der Zeit. Und hier bei der Raffinerie, Perlen, Perlen, Perlen. Die haben gar nichts zu schaffen. Sie, weder verkaufen sie sie, noch kaufen sie. Das ist, okay. Ja, verkaufen bitte. Wunderbar. Viel Quell ist gut gemacht. Das ist gar nicht mal übel. Warte mal, was haben wir denn hier? Wir hatten einen Greifer, weil hier war doch irgendwo Erz im Spiel. Einmal ablegen, bitte. Erz, wo war das verdammte Erz? Ist das alles irgendwie nördlich hier wahr? Übrigens in der nächsten Aufnahmesession werde ich dann mal versuchen, wirklich diese Mission nochmal anzugehen mit den Big Ears und den Tralais. Ich habe jetzt eigentlich nur die ganze Zeit Geld dafür. Und für die Bombenabrufstation und so weiter. Ach, hier ist es wunderbar. Ich bin auf mein Gedächtnis. Und Plusumsteuerung. Jawohl. Weg, 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 du verdammter Fisch. Das ist ein hässlicher Fisch. Das heißt, hässliche Fische sind ja auch aggressiv. Komm, 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 komm. Wahrscheinlich, weil sie so hässlich sind. Verfolgt er ist mein Erz? Lass mich in Ruhe. Das ist mein Erz. Das ist nicht doof, weil das eigene Volk noch viel kleiner ist als die Fische und nur mit den großen Vehikeln. So groß wie die Fische allgemein. Das ist ungefähr so, als wenn man in Grenze mit irgendwelchen Hunden spazieren gehen würde. Das ist groß wie Autos. Wo ist denn die Ablagestation? Achso, was ich noch machen wollte. Ich wollte gucken, was hier die Waffen überhaupt kosten. Oh Gott, komm hier hoch. Komm hier hoch. Alter Schwede. Ein Aggrofisch hinter mir, zwei links von mir. Nein, ich habe ja echt Vergnügen hier. Ach, guck, hier kann ich es ablegen. Fahr da hin, fahr da hin, fahr da hin. Ja, möchte ich. Und schnell weg hier. Weg, 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 weg. Warum los, Achtung, Kackfisch. Und einmal anlegen bitte. Genau. Achso, muss ich mir nicht angucken. So, Handel. Wir haben jetzt das Erz irgendwie hier. Zwölf Erz. Sehr geil. Und ein bisschen Metall. Können wir gleich da jetzt Raffinerie fahren. Das ist richtig gut. Und was wollen wir? Ach genau, wir wollen dann gucken, was hier der ganze Kram kostet. Wir haben hier Charge Lounge. Er kostet hier 2.900 Zettels weggeflogen. Aber ich glaube, 3.000 war es beim anderen. Das ist jetzt wirklich weg. Ja, super. Ne, der ist runter. So, der Laptop kommt. Schwer aber. 3.000 plus 1.000. Okay, dann könnte ich das eigentlich schon mal hier fast kaufen. Ich glaube, ich kaufe es direkt nochmal. Mit 8 Dingern. Wie viel kannst du denn? 980. Ist auch günstiger. Okay. Können wir gleich mal gucken. Info. Wie viel kannst du denn transportieren? Wie viel Bomben? Laden Sie diese in den Werfer und Sie sind auf halbem Weg, um Ihre feine Regeln ins Wasser rauszubauen. Das ist wunderbar. Aber ich würde gerne wissen, wie viel das Ding fasst. Eine ungeheuer starke Waffe. 8 Wasserbomben sind frei. Aber es steht nicht drin, wie viel gelagert werden können. Dann würde ich sagen, ich kaufe mal noch ein paar mehr. Okay. Ganz ehrlich, 32 sollten Weißgott reichen. Das ist ganz günstig. Da fahre ich jetzt einmal kurz zur Raffinerie zurück. Lege ab. Ich habe den komischen Greifen auch dabei. Bitte. Ist okay. Licht angeschaltet. Fahrt zurück zur Raffinerie. Werd ich auch noch einmal ein bisschen zaster machen. Also werden wir mal ein bisschen Erz einkaufen. Raffiniertes Erz. Hier ist der Kronkorb. Okay, der Kronkorb ist nörr-nord-östlich von Beluga. Okay. Ja, wenn wir jetzt noch ein bisschen raffiniertes Erz einkaufen. Und Metall und so ein Kram verkaufen. Koba, das ist okay. Das ist natürlich das ganz Richtige. Werd ich mal zurückfahren zum Belkoba Station, beziehungsweise zum Tuka Reef. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das muss ich nehmen. Das muss ich wirklich nehmen. Ja, und werden dann die Mission angeben. Mit Big Ears und so weiter und so fort. Wollt ihr mal, das war das Falsche? Ich habe gern das. Jawoll. Oh nein, falsch, das ist falsch, das ist falsch. Typischer Anfängerfehler. Rückwärtsrennen eingelegt, beziehungsweise Gang nach unten. Ich frage mich gerade, wie viel Geld hier Fahrschulen machen müssen. Da muss ich echt eine übelst räumliche... Ach, da muss ich aber auch eine Münze mitten in der Belkoba Station. Das ist auch krass. Da muss ich übrigens eine übelst räumliche Wahrnehmung haben, wenn man das Ding in der Realität fahren würde. Da ist ja aber nur mit... Ach, außerdem Rückwärtsgang rein oder sowas. Nein, da ist außerdem nach oben nach unten gedrückt. Das ist praktisch für den Heli-Führerschein. Oder Flugschein oder was auch immer. Komm jetzt hoch mit dir. Verdammtes gelbes Kackboot. Oder orangees Kackboot. Das ist lustig, in diesem Spiel ist es eher orange. Auf dem Bild, aber im Screen ist es total gelb, aber okay. Muss man hinnehmen. Ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Solange es nicht rosa ist. Ein Schweinchen-Ü-Boot. Komm, 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 komm. Einmal abladen bitte. Und dann gleich hier geradeaus durchfahren. Und anlegen. Genau. Ja. Handel. Gucken wir unsere Güter an. Unsere Güter sind ganz hervorragend. Wunderbar. Dann würde ich sagen, einmal ablegen. Hältst du jetzt, ähm, voller Bewusstsein, kein, äh, kein Magnet mehr. Weil ich sonst noch an die Verleger gekommen wäre, einer der 20.000 Münzen aufzusammeln, die hier irgendwie auf dem Weg zur Raffinerie liegen und auch direkt in der Velcrova Station noch sind. Auch bloß ab du Kackfisch. Wenn ich mir einmal noch kurz zurückfahren und werde dann da wie, oh Gott, das will die Folge beenden. Ich sollte mich irgendwie mal ganz kurz auf die andere Bildschirme gucken, während ich hier fahre. Weil ich, wenn ich hier gerade mit Volk Hachow fahre. Und gerade bei dem Minenfeld, hier muss man ein bisschen aufpassen. So, hier bin ich. Einmal antoppen bitte. Und was haben wir denn hier? Wir haben einmal Handel. Ich hätte gerne Güter verkauft. Ach, jetzt kostet es nur noch 9. Ach, nee, warte mal. Das ist ja geil. Die Preise steigen ja sogar so ein bisschen. Wunderbar. Na, kommst du über 900 wieder? Nee, muss nicht. 17.290 Credits. Super. Und das Metallverkaufen auch leichter hier. Und kaufen wieder raffiniert das Erz. Wir haben immer 1.000. Wunderbar. Da haben sich die Preise auch wieder normalisiert. Haben wir jetzt 19.000. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge über 20.000 Credits haben. Also 20.000 Credits bekommen. Das ist richtig gut. Mehr wahrscheinlich noch 25.000 Credits. Das haben wir wieder richtig was gut gemacht. Und das alles viel low. Das ist eigentlich ein Wunder, dass es sich noch mehr Leute wie mich gibt. Also mehr, mehr ähm Und das sind Piraten, sag ich mal. Raffinerie-Piraten. Doch. Nützt mir aber sehr viel Aufträge. Das ist mir Herz, Metall, Perlen. Jaja, das ist jetzt sogar alles. Gut. Sichern wir das Ganze mal. Auf der 10 ist der geringste Spielstand. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ich versuche, diese todesmutige, also wenn ich todesmutig versuche, diese abartig schwere Missionen hinzubekommen, jetzt mit 32 Death Charges und zwei Schild, also Rumpfreparatur mehr oder Rumpfverstärkung mehr, soll ich das hoffentlich hinbekommen. Wenn man dann noch irgendwo bei Beluga oder irgendwo anders noch, wo auch immer wir anfangen sollen, bei den Spalten-Instituts, oder keine Ahnung, war das bei den Spalten? Ich weiß es gar nicht mehr. Ein Big-Ear-Gerät kaufen. Das werden wir alles nochmal in der Beschreibung sehen.